Zum letzten Zum letzten Mal stehen die Jungs als Mitglieder der Abteilung Jugendfußball auf der Bühne. Das Video von ihrem ersten Auftritt vor vier Jahren hat inzwischen über 90.000 Aufrufe in YouTube. Damals waren sie noch als C-Jugend unterwegs. Das motivierte sie, jedes Jahr dabei zu sein. Auch sportlich läuft es mit dem Aufstieg in die Leistungsstaffel und einem sechsten Platz in der Bezirkshallenrunde Prima. Trainiert werden sie von Michel Schmid und Nils Jeckel. Und nun viel Spaß beim letzten Auftritt der A-Jugend in dieser Formation. Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, ein Polizist würde ich sein. Stopp, komm her und geh auf die Seite. Stopp, komm her und geh auf die Seite. Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, ein Sportler würde ich sein. 1, 2, 1, 2, runter, hoch. 1, 2, 1, 2, runter, hoch. Stopp, komm her und geh auf die Seite. Stopp, komm her und geh auf die Seite. Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, ein Maler würde ich sein. Nimm den Pinsel, Tunk hinein, klatschen an die Wand. Nimm den Pinsel, Tunk hinein, klatschen an die Wand. 1, 2, 1, 2, runter, hoch. Nimm den Pinsel, Tunk hinein, klatschen an die Wand. Nimm den Pinsel, Tunk hinein, klatschen an die Wand. 1, 2, 1, 2, runter, hoch. 1, 2, runter, hoch. Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, was würde ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wäre, ein Schreiner würde ich sein. 2 auf 4, Nagel an die Tür. 2 auf 4, Nagel an die Tür. Nimm den Pinsel, Tunk hinein, klatschen an die Wand. Nehmt den Penzeltum hinein, klatscht ihn an die Wand! Wenn ich nicht auf der Bühne wär, was würd ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wär, ein Boxer würd ich sein! Linke Faust, rechte Faust, Zähne raus! Zwei, rechte Faust, Zähne raus! Zwei, rechte Faust, Zähne raus! Nehmt den Penzeltum hinein, klatscht ihn an die Wand! Wenn ich nicht auf der Bühne wär, was würd ich dann sein? Wenn ich nicht auf der Bühne wär, ein Hipster würd ich sein! Linker Arm, rechter Arm und ein Depp! Linke Arm, rechter Arm und ein Depp! Linker Arm, rechter Arm und ein Depp! Zwei, aus, richter, aus, zählen ein, aus. Zwei, aus, richter, aus, zählen ein, aus. Nehmen die Prinzessin rein, klatschen an die Erd. Nimm die Pünze, rechte hinein, klatschen an die Rand! Nimm die Pünze, rechte hinein, klatschen an die Rand! Applaus